Moin liebe Schwelmer, für uns steht dieses Wochenende das Spiel gegen Wernau an. Sehr schwieriger Gegner, das Farmteam von Alba Berlin. Ja, ich habe mir sagen lassen, ab 10 Siegen in Folge wird hier in Schwelm Geschichte geschrieben. Das heißt, wenn ihr Daumen drückt, wenn wir das Spiel über die Bühne bringen, dann haben wir 10 Siege in Folge und haben Schwelmer Geschichte geschrieben, eher in Baskets Geschichte geschrieben. Und deshalb, auf unserer Homepage gibt es Sport Deutschland Livestream-Link. Schaut da gerne mal vorbei, drückt uns die Daumen und dann sehen wir uns beim nächsten Heimspiel wieder. Wir freuen uns!